Ich hätte nicht gedacht, dich noch mal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Ich habe nach einem Typen mit einer scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war nichts so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Einbringende töten. Moment, Moment, das ist doch fälliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Egal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Es ist egal, wie viele es sind. Wir finden sie und wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Wenn ich herkommen soll. Dina! Aber schnell! Alles gut? Jetzt schon. Alli. Alli. Wir sollten gehen. Herzlich willkommen zum neuen Kapitel. Willkommen. Das waren gerade übrigens zwei Collectibles, nur dass ihr es schon mal wisst. Ja, ich geh ja schon. Das war übel. So, also hier Lampen schön ausmachen. Schön, Hermannischen mitnehmen. Let's go. Also, das waren gerade die Cutscene. Ich sehe das hier. Hier seht ihr das Lias Foto und Lias Notiz. Jetzt heißt es Ballern, Leute. Hier weg. Geht auch ohne Ballern. Geht auch. Gleich hier drüben! Nagel, der fest! Oh! 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 Achtung Nicht uns singeln lassen. Ist das so? Game over, Roman. Alright. Ich glaube, einer ist noch da. Gute umschauen, schönen Momention mitnehmen. Natürlich, ähm, Realien. Alright, let's go. Geht nämlich, glaube ich, gleich weiter. Warte, da habe ich was gesehen. Und jetzt ist ein Techno-Sherol. Okay. Okay. Weiß nicht. Durchsuch den Hof. Du, übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. Okay. Ah ja. Und den, Otto. So. Max, das ist Ruhe. Ich brauche noch ein bisschen Munition. Die sind ziemlich depleted. Und noch mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Und dann hören wir uns auch. Okay, I'm injured. Oh, yes, now one shot. Hey, what? Okay. Okay, wir schauen uns hier noch rum. Und dann weiter. Weiter, weiter, weiter. Also wie ihr seht, das Kapitel geht gleich mal mit Action-Pur los. Ich will erstmal Pillen einsammeln. Schön. Komm. Ich hab' noch Medipack gesehen. Gut, wir gehen gleich mal um uns zu heilen. Wecken. Ja. Let's go. Weg hier. Wir gehen den selben Weg, wo die Typen langgekommen sind. Gut. Schön langsam. Oh ja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Geh' nochmal. Hallo. 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 Ja. 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 Ja, da ist zu easy. Ich verschwind da keine Munition für. Ja. das dürfte dann auch für dich gewesen sein so kommen wir zu einem kollektoren das findet ihr gleich hier so tötet ab hier alle eindringlich schicke zusätzliche einheiten um die andere frau zu finden kommt abends die basis zurück bringt alle verfügbaren vorräte das ist unser drittes kollektoren hier 1 kriegt man auch weil dem vermaschinen gewähren so we keep on going stress versuchen wir es mit unten jay wir wissen aus dieser schule aus sofort irgendwie müssen wir zur straße runter kommen hoffen wir schon vorräte plündern und dann auch noch das letzte kollektoren ab rüber hinten im schrank hier noch meine karte war dann auch das letzte kollektoren ich möchte die karte haben die karte die karte war dann die karte die karte die karte die karte die karte die karte 될 die karte ja erstmal hier vorräte aufstocken das war gerade eine heftige nummer ok sieht gut aus ja scheint okay zu sein gut schau mal hier sie gehört zu denen dann scheiß auf sie ließ den brief jordan isaac lässt uns für zwei wochen beim tv sender wache schieben scars wurden dort gesichtet hier ist etwas zur erinnerung leer tv sender meinst du sie ist noch da wir müssen es rausfinden oder also es ist bei diesen hohen gebäuden ok holen wir uns leer